Ja, heute geht es um Tony Hawk White, um Candice. Manche fanden es gut, manche fanden es nicht so gut. Hier man sieht schon das Board, was man benötigt dazu. Die CD, das Heft oder das Buch. Genau hier der Skateboard Controller. Hier ist das Skateboard bzw. der Skateboard Tony Hawk White. Man hat hier quasi die gleichen Tasten wie auf dem Controller. Habe ich auch angemacht gerade. Funktioniert noch. Ich dachte erst die Batteriewelle. Und ja, das war's. Und ja, das war's.